Lebensglück Hallo, zur Jahreslosung haben wir wieder ein Lied mit dem Titel Lebensglück. Denn die Jahreslosung 2014 aus Psalm 73 lautet Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ein wunderbares Motto für ein ganzes Jahr, denn das bedeutet doch, wir können Gott wirklich nahe kommen. Er lässt uns an sich ran. Und das stimmt. Wir dürfen zum Beispiel Abba, Papa zu Gott sagen. Lass die Kinder zu mir kommen, hat Jesus gesagt. Oder ich denke daran, wie Jesus einen Aussätzigen berührt und heilt. Da ist Nähe, wo andere einen großen Bogen drum machen. Aus Furcht vor Ansteckung. Oder in Psalm 34 heißt es, der Herr ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr beladen seid. Ich will euch helfen. Ich will euch entlasten. Ja, Gott will Nähe und Beziehung. Er will in uns wohnen. Deshalb hatten wir die Idee, dieses Video nicht etwa in einer Kirche zu drehen, sondern in einer Wohnung. Im Alltag, mitten hinein in unsere Welt kommst du. Am Montagmorgen ist Gott da. Wenn wir unsere Scherben zusammenkehren müssen, ist Gott da. Wenn wir unseren Müll rausbringen, ist Gott da. Wenn wir uns freuen, weil uns etwas gut gelungen ist, dann ist Gott da. Und wenn wir uns Gedanken machen, wie wir alles auf die Reihe kriegen, dann ist Gott auch da. Gott ist näher, als ich es begreifen kann. Ja, und wenn Gott dann Raum bekommt in unserem Leben, in unserem Alltag, dann verändern sich Dinge. Unsere Haltung, unsere Sicht nach vorne, unser Rundumblick, unsere Prioritäten und auch das Bewusstsein, wofür wir alles dankbar sein können. Mit dir kehrt das Glück bei uns ein. Okay, wir wünschen jetzt viel Freude mit dem Lied zur Jahreslosung. Vielen Dank wieder einmal für das Interesse und Gottes Segen für 2014.